Deutsche Sprachlehre für Ausländer Grundstufe in einem Band von Heinz Griesbach und Dora Schulz Aufnahme aller Lektionstexte und ausgewählter Zusatztexte Huber Nummer 50.106 Max Huber Verlag, Ismaning bei München Die Landkarte Hier ist eine Karte. Das ist eine Landkarte von Europa. Hier ist Deutschland. Dort ist Frankreich. Frankreich liegt in Westeuropa und Deutschland liegt in Mitteleuropa. Hier ist Ungarn. Ungarn liegt in Osteuropa. Schweden und Norwegen liegen in Nordeuropa. Spanien, Italien und Griechenland liegen in Südeuropa. Liegt Dänemark in Nordeuropa? Ja, Dänemark liegt in Nordeuropa. Liegt Portugal auch in Nordeuropa? Nein, Portugal liegt in Südeuropa. Portugal liegt nicht in Nordeuropa, sondern in Südeuropa. Liegt Frankreich in Südeuropa? Liegt Italien in Nordeuropa? Liegt Finnland in Nordeuropa? Wo liegt Spanien? Spanien liegt in Südeuropa. Wo liegen Italien und Griechenland? München liegt in Deutschland. Wo liegt Paris? Wo liegt London? Wo liegt Rom? Japan, Indien und Pakistan liegen in Asien. Ägypten liegt in Afrika. Kanada und Argentinien liegen in Amerika. Kanada liegt in Nordamerika und Argentinien liegt in Südamerika. Wo liegt Finnland? Finnland liegt in Europa. Wo liegt Sydney? Sydney liegt in Australien. Wo liegt Marokko? Wo liegt China? Wo liegt Brasilien? Wo liegt Indien? Wo liegt Kalkutta? Kalkutta liegt in Indien. Wo liegt Kopenhagen? Wo liegt Moskau? Wo liegen Rom und Mailand? Rom und Mailand liegen in Italien. Wo liegen Madrid und Barcelona? Wo liegen Frankfurt und München? Liegt Madrid in Spanien? Ja, Madrid liegt in Spanien. Liegt Köln in Deutschland? Liegt Kairo in Ägypten? Liegt Brüssel in Belgien? Liegt Tokio in Japan? Liegt Wien in Österreich? Bonn ist eine Stadt. Paris ist auch eine Stadt. Bonn und Paris sind Städte. Deutschland ist ein Land. Polen ist auch ein Land. Deutschland und Polen sind Länder. Amerika ist ein Kontinent. Australien ist auch ein Kontinent. Amerika und Australien sind Kontinente. Abschnitt 1 Guten Tag. Ich bin Anton Breger. Mein Name ist Richard Robertson. Ich komme aus England und lerne hier Deutsch. Mein Name ist Peter Carles. Ich gehe auch hier in die Schule. Richard ist mein Freund. Ihr seid Freunde. Lernt ihr oft zusammen? Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Ich sage immer, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Ich bin faul und du bist fleißig. Das ist falsch. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Wo ist denn die Lehrerin? Kommt sie nicht? Nein, Frau Mayer kommt nicht. Sie ist in Bonn. Aber dort kommt Herr Müller. Er ist der Lehrer. Richtig. Ich bin der Lehrer und Sie sind die Schüler. Ich frage und Sie antworten. Wir lernen die Sprache. Wir üben die Grammatik und wir lernen die Regeln. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Hier ist das Buch. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Richtig. Danke. Abschnitt 2 Der Unterricht 1. Die Schüler gehen in das Schulzimmer. Der Lehrer kommt auch und der Unterricht beginnt. Guten Morgen. Ich sage jetzt einen Satz. Bitte wiederholen Sie den Satz. Hier ist das Schulzimmer. Es hat einen Fußboden, eine Decke und vier Wände. Hier vorn hängt die Tafel. Hier sind auch Kreide und Schwamm. Dort hinten hängt die Landkarte. Rechts ist die Tür und links sind die Fenster. Dort oben hängen die Lampen. Wir haben hier auch Tische und viele Stühle. Die Schüler wiederholen die Sätze. Der Lehrer verbessert die Fehler und sagt dann... Danke. Sehr gut. Jetzt frage ich und Sie antworten. Was habe ich hier? Herr Robertson? Sie haben ein Buch. Richtig, Herr Robertson. Das Buch. Und wie heißt der Plural? Die Bücher. Gut. Lernen Sie immer den Artikel und den Plural. Dann machen Sie keine Fehler. Was habe ich hier, Herr Montes? Sie haben einen Füller. Nein, das ist nicht richtig. Was habe ich hier, Herr Karlis? Sie haben einen Bleistift. Gut. Bilden Sie jetzt einen Satz, bitte. Der Bleistift ist lang. Sehr gut. Und wie heißt das Gegenteil von lang? Das Gegenteil von lang ist kurz. Richtig. Danke. Zweitens. Der Lehrer diktiert einen Satz. Asien ist groß, aber Europa ist klein. Die Schüler schreiben den Satz. Richard Robertson fragt den Lehrer... Was heißt klein, bitte? Ich verstehe das Wort nicht. Der Lehrer erklärt das Wort nicht, sondern er schreibt ein Beispiel an die Tafel. Das Kind ist klein. Die Schüler lernen viele Wörter und bilden Sätze. Aber sie machen noch viele Fehler. Der Lehrer verbessert die Fehler. Der Unterricht dauert eine Stunde. Dann sagt der Lehrer... Der Unterricht ist aus. Auf Wiedersehen. Die Schüler schließen die Bücher und die Hefte und gehen nach Haus. Das Alphabet A B C D E F G H I J K L M M N O P Q R S T U V W X Y Z Abschnitt 3 Die Zahlen Wir haben hier viele Stühle. Wie viele Stühle sind hier? Wir zählen die Stühle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir haben zehn Stühle. Herr Müller hat viel Geld. Er hat Geldstücke und Geldscheine. Er zählt zuerst die Geldstücke. Zwei, fünf Mark Stücke, das sind zehn Mark, und viele Mark Stücke. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig Mark. Jetzt hat Herr Müller noch vier Zwei-Mark-Stücke. Er zählt weiter. Vierundzwanzig, sechundzwanzig, achtundzwanzig, dreißig Mark. Dann zählt Herr Müller die Scheine. Zuerst die Zehn-Mark-Scheine. Vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert Mark. Herr Müller hat noch fünf zwanzig Mark-Scheine. Hundertzwanzig, hundertvierzig, hundertsechzig, hundertachtzig, zweihundert Mark. Herr Müller hat auch noch Kleingeld, aber das sind nur Pfennige. Die Pfennige zählt er nicht. Herr Müller kauft einen Füller, ein Buch, zwei Hefte, zwei Bleistifte und Briefpapier. Der Füller ist teuer. Er kostet 63 Mark 50. Die Bleistifte sind billig. Ein Bleistift kostet nur 80 Pfennige. Herr Müller bezahlt die Rechnung. Er zahlt 84 Mark 25. Hier ist die Rechnung. Ein Füller, 63 Mark 50. Ein Buch, 9 Mark 80. Zwei Hefte, 3 Mark 40. Zwei Bleistifte, eine Mark 60. Briefpapier, 5 Mark 95. Zusammen, 84 Mark 25. Abschnitt 4. Eine Reise. Herr Breuer wohnt in Köln. Heute fährt er nach Frankfurt. Er nimmt das Kursbuch und liest den Fahrplan. Auf Seite 312 findet er einen Personenzug, einen Eizug und einen Schnellzug, D-Zug. Köln, Koblenz, Mainz, Frankfurt. Zugnummer 1284. Köln ab, 5.14 Uhr. Bonn an, 6.01 Uhr. Bonn ab, 6.06 Uhr. Koblenz an, 7.47 Uhr. Koblenz ab, 8.21 Uhr. Mainz an, 11.10 Uhr. Mainz ab, 11.50 Uhr. Frankfurt an, 12.47 Uhr. Der Personenzug fährt um 5.14 Uhr von Köln ab und kommt um 12.47 Uhr in Frankfurt an. Er fährt 7 Stunden und 33 Minuten. In Koblenz hat er 34 Minuten und in Mainz 40 Minuten Aufenthalt. Der Eilzug fährt um 8.58 Uhr von Köln ab, aber er fährt nicht nach Frankfurt, sondern nur bis Mainz. Der Schnellzug fährt um 9.44 Uhr von Köln ab. Die Fahrt nach Frankfurt dauert nur 3 Stunden und 48 Minuten. Der Zug hält in Bonn, Koblenz und Mainz. Herr Breuer nimmt den Schnellzug. Er kauft eine Fahrkarte, steigt ein und geht in ein Abteil. Dort ist ein Platz frei. Viele Leute fahren nach Frankfurt. Herr Breuer kauft eine Zeitung und eine Illustrierte und liest. In Frankfurt nimmt Herr Breuer seinen Koffer und seine Tasche, steigt aus und verlässt den Bahnhof. Bitte, fährt der Zug hier nach Frankfurt? Nein, er fährt nur bis Mainz. Wann fährt ein Zug nach Frankfurt? Um 9.44 Uhr. Vielen Dank. Dann habe ich ja noch eine Stunde Zeit. Fährt der Zug hier nach Frankfurt? Ja, machen Sie schnell. Sie haben keine Zeit mehr. Fährt der Zug über Bonn und Mainz? Ja, aber bitte steigen Sie jetzt schnell ein. Der Zug fährt pünktlich ab. Der Zug nach Frankfurt über Bonn, Koblenz und Mainz fährt ab. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Ist das Taxi hier frei? Ja, bitte steigen Sie ein. Wohin fahren Sie? Talstraße 19, bitte. Wie lange dauert die Fahrt? In 10 Minuten sind wir in der Talstraße. Gut, dann komme ich noch pünktlich. Abschnitt 5 Ein Freund kommt. Der Briefträger klingelt. Frau Braun öffnet die Tür. Der Briefträger gibt Frau Braun ein Telegramm. Sie geht in das Zimmer zurück. Dort sitzt ihr Mann und arbeitet. Hier ist ein Telegramm, Paul, sagt sie. Herr Braun öffnet das Telegramm und liest. Dann sagt er... Dann sagt er... Heute kommt Besuch. Mein Freund Walter fährt nach Hamburg und unterbricht seine Reise hier. Sein Zug kommt schon um 3.45 Uhr an. Oh, dann kommt er ja bald. Ich koche schnell Kaffee. Frau Braun geht in die Küche. Herr Braun hilft seiner Frau und kauft Kuchen. Um 4 Uhr kommt der Freund. Herr und Frau Braun begrüßen ihren Gast herzlich. Dann führt Herr Braun seinen Freund ins Zimmer. Seine Frau bietet ihrem Gast Kaffee und Kuchen an. Möchtest du eine Zigarette, Walter? Fragt Herr Braun seinen Freund. Er aber lehnt ab. Danke, nein. Zigaretten schaden meiner Gesundheit. Walter erzählt seinen Gastgebern viel. Und die Zeit vergeht schnell. Schließlich sagt Walter... Leider fährt mein Zug schon um 7 Uhr. Wo finde ich hier ein Taxi? Du brauchst kein Taxi. Antwortet Herr Braun. Wir nehmen unser Auto. Es gehört meiner Firma. Ich fahre schnell in die Stadt. Und du erreichst deinen Zug pünktlich. Frau Braun gibt ihrem Gast die Hand und sagt... Auf Wiedersehen, Walter. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ich hoffe es auch. Auf Wiedersehen. Guten Tag, Walter. Du kommst auch einmal nach Köln? Ich mache gerade eine Geschäftsreise. Heute Abend fahre ich nach Hamburg weiter. Schade. Dann ist dein Besuch ja sehr kurz. Wie geht es deiner Familie? Danke, sehr gut. Wir sind alle gesund. Mein Sohn studiert jetzt in Frankfurt. Und deine Tochter? Was macht sie? Erika geht noch in die Schule. Aber gehen wir doch ins Zimmer. Du möchtest bestimmt eine Tasse Kaffee. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Unsere Familie. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. Ich bin ihr Sohn. Meine Eltern haben auch eine Tochter. Sie ist meine Schwester. Und ich bin ihr Bruder. Wir sind Geschwister. Unsere Familie lebt in Stuttgart. Mein Vater hat keine Eltern mehr. Sie sind tot. Meine Mutter hat noch einen Vater und eine Mutter. Unsere Großeltern leben auch in Stuttgart. Wir lieben unseren Großvater und unsere Großmutter sehr. Mein Vater hat einen Bruder. Er ist unser Onkel. Seine Frau ist unsere Tante. Ich bin sein Neffe und meine Schwester ist seine Nichte. Seine Kinder sind unsere Vettern und Cousinen. Meine Mutter hat eine Schwester. Sie ist auch meine Tante. Abschnitt 6 Zwei Studenten in München Robert studiert seit einem Monat in München. Er wohnt mit seinem Freund Hans beim Kaufmann Krüger. Elisabeth Platz 30. Frau Krüger ist ihre Hausfrau. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Sie liegt der Post gegenüber. Morgens um 8 Uhr geht Robert aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad zur Universität. Hans geht immer zu Fuß, denn er hat kein Fahrrad. Der Weg ist nicht weit. Vom Elisabeth Platz zur Universität braucht er nur 10 Minuten. Mittags geht Robert mit seinem Freund zum Essen. Sie gehen die Ludwigstraße entlang und dann links um die Ecke zu einem Gasthaus. Dort isst man sehr gut. Gewöhnlich bestellen sie das Menü. Das ist nicht so teuer. Nach dem Essen lesen sie manchmal noch die Zeitungen oder die Illustrierten und trinken ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee. Nachmittags geht Robert ohne seinen Freund zur Universität, denn Hans arbeitet zu Haus für seine Prüfung. Nach der Vorlesung fährt er nach Haus. Manchmal macht er auch noch einen Spaziergang durch den Park. Nach dem Abendessen gehen die Freunde zusammen spazieren. Manchmal besuchen sie ein Kino oder ein Theater oder sie arbeiten zu Haus. Meistens gehen sie aber früh zu Bett, denn sie sind abends immer sehr müde. Das Gasthaus. Die Speisekarte bitte, Herr Ober. Hier, meine Herren. Möchten Sie das Menü zu 15,60 Mark? Gemüsesuppe, Rindfleisch mit Kartoffeln und Salat? Nachtisch. Gut. Und ein Bier bitte. Ich nehme auch das Menü, aber ohne Suppe bitte. Was trinken Sie? Ich trinke jetzt nichts. Nach dem Essen bitte eine Tasse Kaffee. Nach dem Essen. Herr Ober, bitte zahlen. Zusammen? Nein, ich bezahle ein Menü und ein Bier. Das macht 15,60 Mark und 3,70 Mark. Das sind 19,30 Mark. Ich habe ein Menü ohne Suppe, zwei Brötchen und einen Kaffee. 12,10 Mark, 1,20 Mark und 2,80 Mark. Zusammen 16,10 Mark, bitte. Robert gibt dem Ober einen 20-Mark-Schein. Hans gibt ihm einen 10-Mark-Schein und zwei 5-Mark-Stücke. Der Kellner gibt Robert 70 Pfennig und Hans 3,90 Mark. Robert nimmt das Geld nicht und sagt... Danke, für Sie. Danke sehr, meine Herren. Auf Wiedersehen. Die Mahlzeiten. Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen sind die drei Mahlzeiten. Zum Frühstück trinkt man meistens Kaffee mit Milch und Zucker und isst Brot oder Brötchen mit Butter und Marmelade. Sonntags isst man auch Kuchen. Mittags essen die Leute zuerst einen Teller Suppe, dann Fleisch mit Soße, Gemüse oder Salat und Kartoffeln. Nach dem Essen gibt es zum Nachtisch eine Süßspeise oder Obst. Freitags essen viele Leute Fisch. Oft trinkt man zum Essen Bier oder Wein. Zum Essen braucht man ein Besteck. Das sind der Löffel, das Messer und die Gabel. Man benutzt auch eine Serviette. Zu Abend ist man oft kalt. Das heißt, es gibt nur Brot mit Butter, Wurst, Schinken oder Käse. Zum Abendessen trinkt man dann Tee. Sonnabends und sonntags trinken viele Leute zu Hause Kaffee und essen Kuchen. Manchmal gehen sie auch in ein Café und trinken ihren Nachmittagskaffee dort. Das macht man meist gegen 4 Uhr. Abschnitt 7 Gespräche Erstens Guten Tag, Herr Arndt. Guten Tag, Herr Robertson. Wie geht's? Wo gehen Sie denn hin? Ich gehe heute Abend zu Dr. Müller und will jetzt noch schnell ein Geschenk für ihn kaufen. So, zu Dr. Müller. Was wollen Sie ihm denn schenken? Etwas zum Rauchen? Zigarren oder Zigaretten? Das ist sicher nicht falsch. Aber was kann ich seiner Frau mitbringen? Können Sie mir einen Rat geben? Blumen sind für Damen immer richtig. Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Rat. Den Kindern will ich Schokolade und Bonbons mitbringen. Das macht Ihnen bestimmt Freude. Das glaube ich auch. Wie viel Uhr ist es schon? Die Geschäfte schließen um halb sieben. Ach, schon Viertel vor sechs. Da muss ich aber gehen. Ich muss ja noch die Geschenke kaufen. Bitte grüßen Sie Dr. Müller von mir. Gern. Ich habe noch eine Frage. Herr Müller hat heute Geburtstag. Was sage ich zu ihm? Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag und danke Ihnen für die Einladung. Danke. Das will ich sagen. Jetzt muss ich aber gehen. Ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen für heute Abend. Auf Wiedersehen. Zweitens. Guten Morgen, Fritz. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Heute leider nicht, Peter. Ich muss zu Hause bleiben und arbeiten. Aber vielleicht morgen? Morgen gehe ich mit Erika zum Tanzen. Aber Samstag bin ich frei. Gut. Dann lade ich dich am Samstag zum Abendessen ein. Meine Schwester und ich wollen nach dem Essen ins Kino gehen. Die Vorstellung beginnt um Viertel nach acht. Wir essen um sieben Uhr, dann kommen wir nicht zu spät. Kannst du gegen sieben Uhr bei uns sein? Ja, vielen Dank. Ich komme um sieben Uhr. Auf Wiedersehen. Bis Samstag. Wir erwarten dich um sieben Uhr. Auf Wiedersehen. Ein Telefongespräch. Herr Müller will Dr. Breuer anrufen, aber er hat zu Hause kein Telefon. Er muss zur Post gehen und von dort telefonieren. Er geht in die Post. Dort sind die Fernsprechzellen. Eine Zelle ist noch frei. Er geht in die Zelle, nimmt das Telefonbuch und sucht die Nummer. Er liest. Bräu, Fritz, in Firma Bräu & Co., München, Pasing, Bahnhofstraße 18, Telefon 47 6241, Bräucher, Anita, Modesalon, München 23, Rheinstraße 7, Telefon 73 7602, Bräuer, Robert, Dr. Müller, Meddent, Zahnarzt, München 22, Maximilianstraße 18, Telefon 29 7162. Jetzt nimmt er den Hörer ab, wirft seine drei Zehnpfennigstücke ein und wählt die Nummer. Er dreht die Wählscheibe sechsmal. Zwei, neun, sieben, eins, sechs, zwei. Er hört eine Stimme. Hier, Frau Bräuer. Hier, Robert Müller. Guten Tag, Frau Bräuer. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Mein Mann ist leider nicht zu Haus. Er kommt aber gegen acht Uhr nach Haus. Wollen Sie bitte nach acht Uhr noch einmal anrufen? Das ist nicht nötig. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Ich danke Ihnen und Ihrem Mann für die Einladung. Ich komme morgen Abend. Schön, Herr Müller. Wir erwarten Sie morgen um halb acht zum Abendessen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Bräuer. Herr Müller hängt den Hörer wieder ein und verlässt die Telefonzelle. Abschnitt acht. Mein Haus. Mein Haus ist in der Gartenstraße. Wollen Sie es sehen? Dann zeige ich es Ihnen. Wir stehen jetzt vor dem Haus. Es hat zwei Stockwerke und liegt in einem Garten. Unten im Erdgeschoss wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern. Über uns wohnt Familie Müller. Neben der Haustür ist die Hausnummer. Gartenstraße sieben. Die Wohnung oben hat einen Balkon. Er ist über der Haustür. Auf dem Dach können Sie die Antenne und den Kamin sehen. Links neben dem Haus ist die Garage für meinen Wagen. Gehen Sie jetzt mit mir ins Haus. Im Hausflur ist die Treppe. Aber wir wollen nicht nach oben gehen, sondern im Erdgeschoss bleiben. Gehen Sie nicht durch diese Tür. Hinter dieser Tür ist die Kellertreppe. Unten im Keller ist nur die Heizung. Bitte treten Sie ein. Jetzt sind wir im Gang. Hier ist die Garderobe. Bitte legen Sie ab. Hier links ist das Wohnzimmer. Neben dem Wohnzimmer ist mein Arbeitszimmer. Dort hinten sind das Kinderzimmer und das Schlafzimmer. Und hier rechts ist die Küche. Hier rechts ist die Küche. Zwischen der Küche und dem Schlafzimmer sind das Bad und die Toilette. Wir gehen jetzt nach links ins Wohnzimmer. Die Couch dort an der Wand und die Sessel sind ganz neu. Den Esstisch und die Stühle wollen wir ans Fenster stellen. Morgen kommt unser Fernsehapparat. Den stellen wir in die Ecke dort. Der Teppich ist nicht sehr groß. Wir müssen noch einen Teppich kaufen. Über die Couch wollen wir noch ein Bild von München hängen. Die Tür hier geht auf die Terrasse. Haben Sie noch Zeit? Dann setzen wir uns auf die Terrasse und trinken ein Glas Wein zusammen. Sie können dann auch meine Familie begrüßen. Sie ist sicher im Garten hinter dem Haus. Ist dieses Haus nicht sehr schön? Es ist mein Haus und ich liebe es sehr. Zimmer zu vermieten. Guten Tag. Sie haben ein Zimmer zu vermieten. Ist es noch frei? Ja, es ist noch frei. Bitte treten Sie ein. Hier in dieses Zimmer gleich neben der Wohnungstür. Hier rechts ist das Bett mit dem Nachttisch. Am Fenster steht der Schreibtisch und dort hinten in dem Sessel können Sie abends bequem sitzen und lesen. Ich stelle noch eine Stehlampe in die Ecke. Ist dieser Schrank dort ein Kleiderschrank? Ja, in diesem Schrank können Sie Ihre Kleider hängen. Sie haben auch noch genug Platz für Ihre Wäsche. Ein Regal für Ihre Bücher hängt dort links. Haben Sie auch Zentralheizung? Leider nicht. Aber dieser Ofen heizt das Zimmer sehr gut. Und wo ist das Waschbecken? Zum Waschen können Sie ins Bad gehen. Ich bin allein in der Wohnung. Das Bad ist also fast immer frei. Können Sie mir das Zimmer aufräumen? Meine Putzfrau kommt täglich zum Aufräumen. Sie kann auch Ihre Wäsche waschen. Sie heizt auch den Ofen. Kann ich meinen Radioapparat mitbringen? Aber sicher. Sie können bis 11 Uhr abends Radio hören. Ist das Zimmer auch ruhig? Ja. Die Fenster gehen in den Garten. Das Zimmer ist sehr ruhig. Das Zimmer gefällt mir. Was kostet es denn im Monat? Die Miete ist nicht hoch. Sie zahlen im Monat für das Zimmer mit Heizung 280 Mark. Und 50 Mark für die Putzfrau. Die Wäsche bezahlen Sie extra. Kann ich auch Frühstück bekommen? Ja. Für das Frühstück müssen Sie 75 Mark im Monat bezahlen. Das ist nicht zu viel. Ich miete das Zimmer. Kann ich schon heute einziehen? Dann hole ich jetzt meine Koffer. Die Miete bezahle ich sofort. Danke. Hier ist die Quittung. Auf Wiedersehen. Abschnitt 9 Der Taschendieb Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Er stieg in einer Kleinstadt aus, denn er wollte dort seinen Freund treffen. In einem Hotel mietete er ein Zimmer und ging dann in die Wohnung des Freundes. Die Freunde saßen lange zusammen und erzählten. Spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Die Straßen der Stadt waren sehr dunkel und er konnte nur schwer seinen Weg finden. Niemand war auf der Straße. Plötzlich hörte er Schritte. Ein Mann kam eilig um die Ecke einer Seitenstraße und stieß mit dem Kaufmann zusammen. Der Mann sagte eine Entschuldigung und eilte weiter. Der Kaufmann blieb stehen. Wie viel Uhr ist das schon? dachte er und wollte auf seine Uhr sehen. Er griff in die Tasche seine Jacke, aber er fand die Uhr nicht. Auch die Taschen seiner Weste waren leer. Schnell lief er dem Mann nach, fasste ihn am Mantel und rief, geben Sie mir sofort die Uhr. Der Mann erschrak sehr, denn die Stimme des Kaufmanns klang zornig. Er gab ihm die Uhr und der Kaufmann ging zufrieden weiter. Im Hotel ging er sofort in sein Zimmer und machte Licht. Da sah er auf dem Nachttisch neben seinem Bett eine Uhr. Er griff in seine Tasche und fand die Uhr des Mannes. Mein Gott, sagte der Kaufmann, ich bin ja ein Taschendieb und nicht dieser Mann. In dieser Nacht schlief der Kaufmann sehr schlecht. Am Morgen brachte er die Uhr zur Polizei. Diese konnte den Besitzer der Uhr schnell finden und gab sie ihm zurück. Ende gut, alles gut. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Schwamm. Der Schwamm war ihm zu nass. Da ging er auf die Straße. Die Straße war ihm zu kalt. Da ging er in den Wald. Der Wald war ihm zu grün, da fuhr er nach Berlin. Berlin war ihm zu groß. Da fuhr er wieder los, fuhr heim nach Oberau und nahm sich eine Frau. Lebt glücklich dort bis heute, das wissen alle Leute. Morgen Gymnastik im Rundfunk. Gestern drehte Peter um sechs Uhr morgens das Radio an. Er hörte eine Stimme aus dem Lautsprecher. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere Morgendymnastik beginnt. Machen Sie die Fenster weit auf und atmen Sie tief ein. Und nun atmen Sie langsam wieder aus. Wir machen jetzt die Übung eins. Strecken Sie die Arme waagrecht nach vorn und beugen Sie langsam die Knie. Kopf und Oberkörper bleiben senkrecht. Die Füße stehen nebeneinander. Jetzt strecken Sie die Beine wieder und senken Sie die Arme. Machen Sie diese Übung dreimal. Eins. Zwei. Drei. Die Übung zwei ist gut für Ihre Bauchmuskeln. Wir sitzen auf dem Boden und strecken die Arme aus. Heben Sie jetzt die Arme und beugen Sie den Rumpf nach vorn, aber halten Sie den Rücken möglichst gerade. Nun berühren Ihre Finger die Zehen, Ihr Gesicht berührt die Knie. Atmen Sie immer durch die Nase, nicht durch den Mund. Wiederholen Sie diese Übung zweimal. Eins. Zwei. Stehen Sie jetzt auf. Wir machen die Übung drei. Halten Sie die Hände und die Arme waagrecht vor der Brust und führen Sie sie dann schnell nach hinten. Die Schultern nehmen Sie möglichst weit zurück. Diese Übung machen wir jetzt fünf bis zehnmal. Und nun kommt eine Übung für die Halsmuskeln und die Handgelenke. Stellen Sie die Füße weit auseinander und strecken Sie die Arme zur Seite. Dann drehen Sie den Kopf einmal rechts herum, einmal links herum. Die Ohren berühren die Schultern. Machen Sie zu dieser Übung auch Kreise mit Ihren Händen. Einmal nach vorn, dann nach hinten. So, das ist jetzt genug für heute. Auf Wiederhören. Bis morgen früh. Abschnitt 10 Freundinnen. Freundinnen. Das Fräulein sagt. Nein, aber die Wochenschau läuft schon. Jetzt kommt Inge endlich. Sie ist aber nicht allein. Eine Freundin begleitet Sie. Guten Abend, Herr Schmidt. Sagt sie und lächelt freundlich. Sie haben sicher schon gewartet. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe meine Freundin getroffen und wir haben uns ein wenig verspätet. Darf ich Sie meiner Freundin Gisela vorstellen? Das ist Herr Schmidt, Fräulein Bender. Ich freue mich sehr, antwortet Peter. Sie gehen doch mit uns ins Kino. Ich möchte nicht stören, antwortet Gisela. Nein, Sie stören nicht, sagt Peter, denn Gisela gefällt ihm gut. Dann gehen die drei ins Kino. Nach der Vorstellung fragt Peter die Mädchen. Darf ich Sie noch zu einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein einladen? Sie gehen zusammen ins Café Meran. Nach einer Stunde will Inge heimgehen, denn es ist spät. Darf ich Sie nach Haus bringen, fragt Peter höflich. Nein, danke. Wir gehen zusammen heim. Gisela wohnt in meinem Haus. Wann sehen wir uns wieder, Fräulein Huber? Ich weiß es nicht. Aber rufen Sie doch im Büro an. Hier ist die Nummer. Dann verabschieden Sie sich und gehen nach Haus. Unterwegs unterhalten sich die Mädchen. Wie gefällt dir Peter, fragt Inge. Nicht schlecht, antwortet Gisela. Aber warum hast du ihm denn deine Telefonnummer gegeben? Du hast doch schon einen Freund. Ich habe ihm gar nicht meine Nummer gegeben, sondern deine. Peter ruft an. Hier, Peter Schmidt. Kann ich bitte Fräulein Inge Huber sprechen? Leider nein, Herr Schmidt. Inge arbeitet nicht in diesem Büro. Hier ist Gisela Bender. Fräulein Gisela, das ist aber eine Überraschung. Ich freue mich sehr. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Nochmals vielen Dank für den Abend neulich. Ja, der Abend war wirklich schön. Können wir uns bald wieder treffen? Leider nicht. Inge ist weggefahren. Dann kommen Sie doch ohne Sie. Wir haben uns neulich so gut unterhalten. Haben Sie morgen Abend Zeit? Ja, Zeit habe ich schon. Und ich komme gern. Um 8 Uhr bin ich frei. Sehr schön. Also morgen um 8 Uhr im Café Meran. Auf Wiedersehen. Am Morgen und am Abend. Es ist 7 Uhr. Max muss aufstehen. Seine Hausfrau hat ihn geweckt. Sie hat an die Tür geklopft und gerufen. Aufstehen, Herr Müller. Fünf Minuten vor sieben. Max springt sofort aus dem Bett, geht ins Bad und wäscht sich gründlich. Er trocknet sich ab und putzt sich die Zähne. Dann rasiert er sich. Nach dem Rasieren kämmt er sich die Haare, zieht sich schnell an, putzt seine Schuhe, wäscht sich die Hände und geht zum Frühstück. Abends liegt Max meist schon um 10 Uhr im Bett. Vorher hat er sich ausgezogen, seinen Anzug auf einen Kleiderbügel gehängt und seine Wäsche auf einen Stuhl gelegt. Dann hat er seinen Schlafanzug angezogen, sich Gesicht und Hände gewaschen und sich die Zähne geputzt. Im Bett liest er noch etwas, aber bald macht er das Licht aus und schläft ein, denn er hat tagsüber viel gearbeitet und ist müde. Was braucht Max im Bad? Zum Waschen braucht er Wasser, einen Schwamm und Seife und ein Handtuch. Zum Zähneputzen braucht er eine Zahnbürste und Zahnpaste. Diese ist in einer Tube. Er frisiert sich mit einem Kamm und einer Bürste. Er nimmt auch Haarwasser für seine Frisur. Max rasiert sich elektrisch. Das ist sehr einfach. Er muss nur den Stecker seines Rasierapparates in die Steckdose an der Wand stecken. Abschnitt 11 Ein Missverständnis Ein Student aus Frankreich machte einmal eine Reise durch Österreich. Er besuchte viele Städte und sah sich die Landschaft mit ihren Bergen und Seen an. Er fuhr meist auf Nebenstraßen, denn er wollte auch das Leben der Menschen auf dem Land kennenlernen. Er fuhr an Bauernhöfen vorbei und sah das Vieh auf den Wiesen. Die Bauern arbeiteten auf den Feldern und fuhren mit ihren Wagen die Ernte nach Haus. Das Wetter war schön und die Luft war warm. Plötzlich kamen viele Wolken aus dem Westen und nach einer Viertelstunde zog ein Gewitter über das Land. Es regnete, blitzte und donnerte. Der Franzose kam in ein Dorf und hielt vor einem Gasthaus. Es war gerade Mittagszeit. Er trat in die Gaststube ein. Sie war klein und gemütlich. Der Gast setzte sich an einen Tisch in der Ecke und wollte ein Mittagessen bestellen. Er konnte aber nicht Deutsch und der Wirt verstand kein Wort Französisch. Das war für den Franzosen sehr unangenehm, denn er hatte Hunger, konnte aber nichts bestellen. Plötzlich hatte er einen Gedanken. Er nahm einen Bleistift und zeichnete auf die Serviette einen Pilz, denn er hatte gerade Appetit auf Pilze. Der Wirt sah die Zeichnung, nickte mit dem Kopf und ging aus der Gaststube. Der Gast freute sich auf das Essen und besonders auf die Pilze. Aber er freute sich zu früh, denn der Wirt brachte keinen Teller mit Pilzen, sondern einen Regenschirm. Auf dem Postamt. Kann ich hier ein Telegramm aufgeben? Ja. Haben Sie das Formular schon ausgefüllt? Ja. Hoffentlich habe ich es richtig gemacht. Sie haben aber sehr undeutlich geschrieben. Und die Unterschrift kann ich nicht lesen. Die Adresse müssen Sie besonders deutlich schreiben. Entschuldigen Sie bitte. Ich mache es nochmal. Ist es nun gut so? Ja. Das Telegramm hat zehn Wörter. Es kostet acht Mark. Wann kommt das Telegramm an? Ein Telegramm von hier nach Hamburg braucht etwa zwei Stunden. Danke. Kann ich bei Ihnen auch Geld einzahlen? Nein. Am Schalter vier bitte. Ich möchte Geld einzahlen. Wie mache ich das? Hat der Empfänger ein Postcheckkonto? Ich weiß es leider nicht. Dann füllen Sie diese Postanweisung aus. Da genügt die Adresse des Empfängers. Den Absender müssen Sie zweimal schreiben. Oben in die Mitte und hier links auf diesen Abschnitt. Den Betrag und die Adresse des Empfängers schreiben Sie in die Mitte und auf den Abschnitt rechts. Den bekommen Sie. Er ist Ihre Quittung. Haben Sie auch Briefmarken? Ich habe hier drei Briefe. Wohin? Ich habe einen Brief nach Frankfurt, einen nach London und einen nach Indien. Im Inland kostet ein Brief eine Mark, nach England eine Mark 40. Den Brief nach Indien schicken Sie mit der Luftpost, sonst dauert es zu lange. Zusammen sechs Mark 40. Hier ist das Geld. Bitte. Danke. Werfen Sie die Briefe bitte dort in den Briefkasten. Hier haben Sie noch einen Zettel mit den Postgebühren. Dankeschön. Abschnitt 12 Ein Brief Liebe Eltern, heute habe ich euer Paket bekommen. Ich danke euch herzlich dafür. Die Sachen darin kann ich sehr gut brauchen, besonders den Kugelschreiber. Ich kann gut damit schreiben. Das seht ihr ja an diesem Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Natürlich auch über den Kuchen und die anderen guten Sachen. Leider habt ihr mir statt meiner Handschuhe die von Klaus geschickt. Meine Handschuhe habe ich in die Nachttischschublade gelegt. Dort könnt ihr sie sicher leicht finden. Außerdem möchte ich gern noch mein Wörterbuch haben. Könnt ihr es mir bald schicken? Es hat früher immer im Regal gestanden. Vor meiner Abreise habe ich es in den Bücherschrank gestellt. Glaube ich. Seit vier Monaten bin ich nun hier. Ich wohne mit Erich Berger zusammen. Das wisst ihr ja. Erich ist mein Freund geworden. Er wird Arzt und macht auch im Wintersemester sein Examen. Trotz unserer Arbeit wollen wir mit seinen Eltern 14 Tage an die See fahren. Ich wollte wegen des Examens hierbleiben. Aber Erich meint, die Ferien sind noch lang genug. Also mache ich die Reise mit und freue mich schon darauf. Gestern haben wir das Ende des Semesters gefeiert. Zuerst waren wir im Theater. Danach haben wir uns in ein Café gesetzt. Wir haben dort bis 12 Uhr gesessen und viel Spaß gehabt. Was macht ihr während eures Urlaubs? Vielleicht kann Vater mich besuchen. Nach der Rückkehr von unserer Reise muss ich hierbleiben. Für heute alles Gute und viele Grüße von eurem Robert. Robert und Erich kaufen ein. Robert und Erich wollen zusammen zu Abend essen. Sie gehen in ein Geschäft mit Selbstbedienung und kaufen ein. Brauchen wir Brot? Ja, ich habe keins mehr zu Haus. Und zwei Flaschen Milch? Eine ist genug. Ich trinke Bier. Nehmen wir eine Flasche Bier. Eine habe ich noch. Käse brauchen wir auch. Hier liegt welcher? Für mich bitte nicht. Ich esse keinen. Butter? Nein, ich habe noch welche. Die reicht für heute. Nehmen wir etwas von diesem Schinken. Eine Mark 80. Das ist nicht teuer. Und Eier. Hol doch dort welche. Hier. Und nur noch Salat. Ich habe schon welchen in den Korb gelegt. So. Und was brauchen wir noch? Öl? Essig? Salz? Nein. Das haben wir doch zu Haus. Vielleicht noch ein paar Tomaten. Ja, aber dann Schluss für heute. Sonst reicht unser Geld nicht. Abschnitt 13. Kleines Städtequiz. Sie sehen hier die Bilder von vier deutschen Städten. Können Sie sie erkennen? Auf diesem Bild sehen Sie ein süddeutsches Kulturzentrum. Die Stadt hat bedeutende Baudenkmäler, darunter ein schönes Schloss und eine große Kirche mit zwei merkwürdigen Türmen. Sie liegt an einem grünen Fluss, denn die Bäume am Ufer spiegeln sich in seinem klaren Wasser. An ihrer Universität und ihren wissenschaftlichen Instituten studieren viele Ausländer, denn es gefällt ihnen in dieser Großstadt mit Herz. Ihre günstige Lage hat diese Stadt zu einem Wirtschaftszentrum der Bundesrepublik gemacht. Ein Sohn dieser Stadt wurde als Dichter sehr berühmt. Sein Geburtshaus ist heute ein weltbekanntes Museum. Auch diese Stadt liegt an einem Fluss. Von seinen Brücken hat man eine schöne Aussicht auf den alten Dom und die moderne Stadt. In jedem Jahr findet dort eine internationale Buchmesse statt. Die dritte Stadt ist sehr alt. Sie liegt an einem großen Fluss. Es gibt viele Lieder über ihn. Sie ist auch bekannt durch ihren Dom. Man hat viele Jahrhunderte daran gebaut. Trotz des alten Doms und der vielen Kirchen aus dem Mittelalter ist sie heute eine ganz moderne Stadt. Nur den Karneval feiert man noch wie früher. Ein besonderes Wasser führt den Namen der Stadt. Die vierte Stadt ist auch ein Bundesland. Sie liegt an der Mündung eines bekannten Flusses in die Nordsee. Ihr Hafen mit seinen vielen Hafenbecken ist 16 Kilometer lang. Sie ist ein sehr bekannter Handelsplatz. Die ausländischen Kaufleute kommen oft dorthin und besuchen ihre Geschäftsfreunde. Schon vom Hafen sieht man den Turm der Michaeliskirche, das Wahrzeichen der Stadt. Auskunft auf der Straße. Ach, entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister. Wie komme ich zur Beethovenstraße? Ich bin fremd in dieser Stadt. Kann ich mit dem Omnibus fahren? Zur Beethovenstraße? Das ist ziemlich weit. Sie nehmen die Straßenbahn, Linie 12. Dort drüben an der Ecke ist die Haltestelle. Fahren Sie mit der Bahn bis zum Stadtpark. Das ist die vierte Haltestelle. Dann steigen Sie in die Linie 10 um und fahren bis zum Schillerplatz. Muss ich dann noch zu Fuß gehen? Ja, aber nicht mehr weit. Sie gehen vom Schillerplatz geradeaus. Die dritte Straße links ist dann die Beethovenstraße. Dankeschön für die freundliche Auskunft. Ich gehe gleich zur Haltestelle. Dort kommt gerade die Bahn an. Halt, halt, halt! Warten Sie noch einen Augenblick. Sehen Sie das rote Licht an der Ampel. Wir hatten heute Morgen schon einen Unfall. Aber jetzt ist das Licht grün. Und ich kann gehen. Abschnitt 14 Aus der Zeitung Die Olympische Segelregatta 1972 München, 20. März Das Komitee der 20. Olympischen Spiele beschloss bei seiner Sitzung in München, dass bei den Olympischen Spielen 1972 die Wettkämpfe der Segler auf der Kieler Förde stattfinden. Bei der Abstimmung hatte Kiel mit 15 zu 6 Stimmen klar über seine Nachbarstadt Lübeck gesiegt. Ein schwerer Verkehrsunfall Frankfurt, 19. März, DPA Heute Morgen hat sich in Neustadt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Personenwagen stieß an der Kreuzung Gerber Marktstraße mit einer vollbesetzten Straßenbahn zusammen. Der Fahrer hatte die Verkehrszeichen nicht beachtet und wollte trotz des roten Lichtes noch rechts abbiegen. Zu spät sah er, dass eine Frau mit einem kleinen Kind die Straße überqueren wollte. Er musste den beiden Fußgängern ausweichen und stieß mit der Straßenbahn zusammen. Dabei überschlug sich der Wagen und die Straßenbahn sprang aus den Schienen. Der Fahrer des Personenwagens und seine Begleiterin waren sofort tot. Zwei Fahrgäste der Straßenbahn waren schwer verletzt. Achtung, Autodiebstahl In der Nacht vom Sonntag zum Montag ist in der Königstraße ein blauer Personenwagen verschwunden. Er gehört einem bekannten Filmschauspieler. Der Wagen hatte an der rechten Straßenseite geparkt. Fußgänger beobachteten zu dieser Zeit einen jungen Mann. Weil sich dieser Mann etwa eine halbe Stunde in der Nähe des Wagens aufgehalten hat, nimmt man an, dass er den Wagen gestohlen hat. Der verdächtige junge Mann ist etwa 1,74 Meter groß. Er trug eine Brille mit einem dunklen Rand und hatte eine karierte Jacke und eine dunkle Hose an. Auf dem Kopf trug er einen hellbraunen Hut. Man sagt auch, dass ein Finger seiner linken Hand fehlt. Der Wagen, ein blauer Mercedes 200, trägt das Kennzeichen M-XL388. In dem Wagen lagen eine braune Aktentasche und ein grauer Damenhut. Weil die Polizei die genaue Beschreibung des jungen Mannes hat, hofft sie, dass man den Wagen bald findet. Nachrichten über die verdächtige Person oder über den gestohlenen Wagen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. So kurz wie möglich. Ein Journalist hatte sich geärgert, weil man seine Berichte in der Zeitung so stark gekürzt hatte. Das passiert mir nicht mehr, sagte er und schickte seiner Zeitung folgenden Unfallbericht. Erich Mayer war überzeugt, dass er kein Benzin mehr im Tank seines Autos hatte. Er nahm ein Streichholz und sah nach. Er hatte sich geirrt. Die Beerdigung ist am Dienstag um halb zwölf. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Mark. Eines Tages beobachtete ein Wärter, dass ein Elefant hustete. Er nahm eine Flasche Whisky, schüttelte sie in einen Eimer Wasser und gab das dem Elefanten. Am nächsten Tag husteten alle Elefanten. Abschnitt 15 Briefe Richard Robertson Bergstraße 27 50739 Köln Köln, den 25. Juni 1991 Herrn Karl Bergmaier Friedenstraße 5 67433 Neustadt Sehr geehrter Herr Bergmaier, seit langer Zeit habe ich Ihnen nicht mehr geschrieben. Aber Sie wissen ja, dass ich wenig Zeit habe. Nur wenn ich wirklich viel arbeite, kann ich im nächsten Jahr mein Studium beenden. Im nächsten Monat beginnen nun die Ferien. Und ich kann nicht nach Haus fahren, weil das viel zu weit ist. Ich möchte aber auch nicht hier in der Großstadt bleiben und das ist der Grund meines Schreibens. Ich habe neulich zufällig von der Weinstraße gelesen und Bilder von malerischen Häusern und Weinbergen gesehen. Man kann da sicher schöne und nicht so anstrengende Spaziergänge machen und sich gut erholen. Ich möchte gern einen Teil meiner Ferien dort verbringen. Ich weiß aber nicht, wie ich ein Zimmer finden kann. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Ich brauche nur ein kleines Zimmer in ruhiger Lage und, wenn es möglich ist, mit fließendem Wasser und voller Pension. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Mühe. Hoffentlich höre ich bald von Ihnen. Mit freundlichem Gruß, Ihr Richard Robertson Karl Bergmeier Friedenstraße 5 67433 Neustadt Neustadt den 29.06.1991 Lieber Herr Robertson, ich habe mich über Ihren Brief vom 25.06. sehr gefreut, besonders weil Sie schreiben, dass Sie Ihre Ferien in Neustadt verbringen wollen. Natürlich kann ich Ihnen dabei helfen. Preiswertezimmer sind hier aber nicht so zahlreich wie Sie vielleicht denken. Gestern habe ich gleich die Wohnungsanzeigen in der hiesigen Zeitung gelesen. Ich habe gesehen, dass es einige recht günstige Angebote gibt und schicke Ihnen die Zeitung mit gleicher Post zu. Ich glaube, dass das Angebot in der Parkstraße gut ist. Lesen Sie die Anzeigen in Ruhe, aber schreiben Sie bald zurück. Wenn Sie jetzt schreiben, können Sie sicher für August noch ein Zimmer finden. Im Sommer sind alle guten Zimmer schnell vermietet, weil viele Familien hierher kommen. Ich bleibe im Sommer in Neustadt und freue mich, wenn ich auf meinen Spaziergängen einen Begleiter habe. Bitte geben Sie mir bald Bescheid. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Karl Bergmayer. Richard Robertson Bergstraße 27 50739 Köln Köln, den 4. Juli 1991 Lieber Herr Bergmayer, herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief. Auch die Zeitungen und die Prospekte habe ich erhalten. Die Bilder zeigen mir, dass die Gegend bei Ihnen so schön ist, wie ich gedacht habe. Ich habe sofort auf einige Inserate geschrieben, vor allem auf das Angebot in der Parkstraße, wie Sie mir geraten haben. Weil ich meine Telefonnummer angegeben hatte, habe ich heute von dort telefonischen Bescheid bekommen, dass ich am 1. August kommen kann. Leider ist dieses Zimmer nicht mit voller, sondern nur mit halber Pension. Aber das macht nichts. Ich bin auch so zufrieden. Ich danke Ihnen ganz besonders, dass Sie mir so freundlich geholfen haben und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.